So, da in den letzten Tagen viele neue Abonnenten dazu gekommen sind, wollte ich aufmerksam machen auf die zwei Dokus, die man gesehen haben muss. Für alle neuen Zuschauer, eigentlich müsste man regelmäßig so ein Video machen, um neue Zuschauer, weil es ist einfach so, dass Zuschauer, die auf einen Kanal kommen, meistens nicht die älteren Videos angucken. Deswegen muss man das eigentlich immer neu machen, so wie ich das bei Weihnachts- und Silvester-Videos zum Beispiel mache. Hier also nochmal ein Video, um auf die zwei lebensverändertsten Dokus aufmerksam zu machen, die es überhaupt gibt, die man gesehen haben muss. Das ist einfach so ein Teil im Leben, so wie du im Leben irgendwann mal zur Schule gegangen bist. Das ist etwas, was du abgeschlossen hast. Und so muss man auch abschließend tatsächlich mal diese zwei Dokus gesehen zu haben oder wenigstens eine davon. Okay, es ist wirklich ein grundlegender Teil im Leben, das mal gesehen zu haben. Und ganz wichtig, es läuft dir weg, es läuft dir davon. Das ist auch noch so ein Grund, warum ich dieses Video wieder mache, weil diese Dokus werden tatsächlich runtergenommen. Ja, die werden gelöscht. Ja, kennen wir alle von Earthlings zum Beispiel, wie oft das schon, wie oft man irgend so einen Link hatte, man klickt drauf und der Link funktioniert nicht mehr. Ja, weil das Video immer wieder gelöscht wird, gebannt wird. Mittlerweile haben die das hinbekommen, dass das Video wieder hergestellt wird oder neu hochgeladen wurde, weiß nicht mehr. Und da halt eine Sperre davor ist, eine Sperre, wo du deinen Personalausweis vorzeigen musst, um das auf YouTube, um das sehen zu können, weil das eine Alterssperre hat und so. Wegen Gewalterstellung und sowas. Und deswegen hier nochmal das Video dazu, wo ihr das ohne Sperre gucken könnt und auf Deutsch gucken könnt. Beide Dokus in voller Länge, ungeschnitten. Deswegen hier ganz, ganz wichtig, ja, für alle neuen Zuschauer, bitte, bitte tut das für euer Leben. Investiert einmal die Zeit da rein, um dann wirklich für den Rest eures Lebens zu wissen, was ihr verursacht habt oder was ihr immer noch verursacht, falls ihr keine Veganer seid. Ja, das sind so die zwei Dokus, die man gesehen haben muss. Das ist einmal Earthlings. Hier könnt ihr das Bild der Doku sehen, so sieht das aus. Und das ist das Cover davon. Von den Schauspieler kennt ihr wahrscheinlich, weil der im Original mitgearbeitet hat und den Ton gemacht hat oder halt gesprochen hat. Und die zweite Doku, die man gesehen haben muss, ist Dominion. Ja, also in den Dokus geht es darum, wie werden Tierprodukte hergestellt, den ganzen Weg. Und was auch noch extrem wichtig ist, was ich euch nur mega ans Herz legen kann, ihr müsst das schon mit Ton gucken. Ja, und ihr müsst genau zuhören. Das sind auch deutsche Sprecher, vor allem bei Earthlings. Er ist ein deutscher Sprecher und zwar eine absolute Legende. Also diese Stimme, die geht einem wirklich in die Knochen rein. Ich kann mich noch an Earthlings erinnern, als ich das erste Mal die Doku gesehen habe, dass ich danach tagelang mit mir gerungen habe. Also da war ich nicht ansprechbar. Das ist eine von diesen Dokus, wo du einfach nur noch wie beleppert durch die Gegend gehst und dein Kopf ist am Arbeiten. Du denkst, ja, was habe ich dort gerade gesehen eigentlich? Und ich kann mich noch an das Ende erinnern von Earthlings, wo der Sprecher diese Abschlussrede hält. Und da hat es mich dann zerlegt. Da war dann komplett vorbei mit mir. Da konnte ich mich nicht mehr zurückhalten bei Earthlings. Das Ende ist einfach zu krass. Diese Worte, die er da auch dafür gefunden hat, für das alles. Und er stellt halt da so eine Frage an die Zuschauer. Und ja, unbeschreiblich einfach nur. Muss man gesehen haben. Jetzt, wenn ich darüber rede, wird mir schon ganz komisch. Okay. Und hier sind also die Dokus ganz wichtig. Ich werde es jetzt unten verlinken. Aus zwei Quellen. Also einmal eine Quelle ist an3x.org. Da habt ihr einmal Earthlings auf Deutsch. Macht ihr Vollbild. Angucken. Ja. Und dann wird Dominion verlinkt. Dominion hat sehr, sehr viel bessere Qualität. Aber trotzdem, Earthlings ist eine Legende. Damit hat es angefangen. Das war die ultimative Doku, die die Welt erschüttert hat. Das muss man einfach sehen. Und hat auch ein anderes Feeling als Dominion. Aber Dominion ist wirklich sowas Neueres, Moderneres, was man auch gesehen haben muss. Also das ist da wirklich, du fällst einfach aus allen Wolken, wenn du diese zwei Dokus guckst, aus allen Wolken. Sowas hast du noch nie gesehen. Man kann sich gar nicht vorstellen, wenn man das ganze Leben gelebt hat und nicht weiß, woher die Tierprodukte kommen. Du hast dir einfach noch nie Gedanken gemacht. Ja, das sind Tiere, werden dafür irgendwie betäubt und dann schlafen die halt und werden irgendwie Stückchen rausgeschnitten. Und dann wird das irgendwie sauber gemacht. Und dann ist es im Supermarkt, in dieser Traumwelt, in der man lebt. Und dann guckt man sowas mal. Und hier die zweite Quelle, nochmal Earthlings. Und hier nochmal Dominion, auch unten verlinkt. Ja, ich werde euch einmal die zwei verlinken, danach die zwei verlinken als Alternativquelle. Ja, die sind ohne Altersbeschränkung. Ihr braucht ja keinen Ausweis vorzeigen. Und es muss eigentlich so und so jedem klar sein. Wenn, warum gibt es so einen Kampf dagegen? Ja, warum gibt es, du darfst nicht sehen, wie dein Essen hergestellt wird. Das sagt eigentlich alles. Jeder Mensch, der ein bisschen nachdenkt, der versteht, was das bedeutet. Und dass das die ganze Zeit gesperrt wird, gelöscht wird. Und einfach nur wirklich mit allen Mitteln wird dagegen gekämpft, dass sowas gezeigt wird. Warum gibt es eine Sperrung und sowas dagegen? Weil niemand sowas sehen soll. Das soll man nicht sehen. Das soll unterdrückt werden. Also ich kann euch vom YouTube-Algorithmus sagen, wenn du ein Video hochlädst, wird das vom Algorithmus gepusht. Das kannst du sehen. Wenn du auf Analytics gehst, siehst du da Video-Vorschläge, heißt das, wie sehr das promotet wird. Und bei jedem Video geht das hoch und wird halt promotet. Und dann geht das wieder runter und dann wird es halt immer weniger. Und wenn du eine Plus-18-Sperre machst und sagen wir, du hast es vorher nicht angekündigt, dass das Plus-18-Video ist, dann geht das hoch. Und sobald YouTube merkt, das ist eine Plus-18-Video, dann kriegt das diese Sperre. Und dann geht es auf Null und wird nicht mehr gepusht vom Algorithmus und dann hast du keine Chance. Also hast du null Chance, lad mal so ein Video auf YouTube hoch. Da hast du zehn Aufrufe auf dem Video. Also keine Chance. Das kriegt direkt die Sperre und das Video ist weg. Von daher ganz wichtig, dass dann so Leute hingehen, die ein bisschen Reichweite haben und dann drüber reden und diese Video verlinken. Vor allem auf anderen Quellen. Ich werde das nicht auf YouTube verlinken, obwohl es auf YouTube da ist, wegen dieser ganzen Sperre. Und ja, ich werde es euch einfach verlinken, wo es wirklich alle angucken können. Man sollte sehen, was man sich in den Mund schiebt. Man sollte sehen, was man seinen Kindern in den Mund schiebt. Das ist so extrem wichtig. Von daher nochmal. Also meine Empfehlung ist auch, wie sollte man das gucken? Man sollte das abends gucken. Du kannst das, am besten würde ich sogar vorschlagen, dass du das alleine guckst. Du kannst es aber auch mit Freunden gucken und dann sollte man es sich gemütlich machen, sich Zeit nehmen. Ich würde sagen, Earthlings an einem Tag, Dominion am nächsten Tag sollte kurze Zeit zwischenliegen. Und dann guckt man sich das mal an. Ganz in Ruhe, nicht Geschwindigkeit erhöhen, damit das schneller abläuft, was auch immer. Ganz in Ruhe sich das angucken, auf den Link unten klicken, groß machen und abspielen. Und zuhören, was die Sprecher sagen und auf sich wirken lassen und dann einfach verstehen. Hier werden halt diese ganzen Beispiele gemacht mit Rassismus und sowas. Dass das mit den Tieren, was mit den Tieren gemacht wird, auch das mit Sklaverei und sowas. Wie man das, also dass das auf die Tiere übertragen wird und wie man sehen kann, die ganze Zeit, diese Vergleiche. Und dass der Mensch halt merkt, dass man irgendwas Falsches macht mit den Tieren. Von daher, Leute, hier unten wird es überall verlinkt sein. Bitte, bitte guckt es euch an. Bitte guckt es euch an. Ich flehe euch an. Guckt es euch an. Bitte tut das. Und ansonsten, Leute, kommt gerne auf meinen Discord-Server. Da kann man sich mit Veganern connecten. Und ja, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr beide Dokus geguckt habt, was ihr darüber denkt. Könnt ihr gerne mal reinschreiben. Und ganz wichtig, dort auch hingucken. Versuchen, dort wirklich hinzugucken, nicht wegzugucken. Weil man sollte von der Wahrheit nicht weglaufen. Du musst sehen, wie dein Essen hergestellt wird. Und du musst verstehen, dass 99 Prozent der Menschheit dafür Geld bezahlen, was dort passiert. Also 99 Prozent aller Menschen bezahlen. Also hier, das ist auch für Vegetarier und sowas geeignet. Ganz, ganz wichtig. Da kannst du mal sehen, wie deine Eier hergestellt werden. Wie deine Milch hergestellt wird. Und was das für Folgen hat. Und teilt die Videos dann natürlich auf allen Plattformen, bei WhatsApp, überall, wo ihr nur könnt. Okay. Weil es ist extrem wichtig, mal hinter die Kulissen zu schauen. Nicht im Supermarkt, wo alles so toll aussieht. Schön, schöne Musik läuft im Hintergrund. Dann wird noch irgendein Duft versprüht, damit es dort gut riecht. Und die Menschen beeinflusst und alles schön ganz bestimmt unter bestimmtem Licht belichtet. Diese Supermärkte sind nichts anderes als Traumwelt, die man reingeht. Und da ins Schlaraffenland. Alles ist da. Oh, überall. Die Leichenteile stapeln sich bis an die Wand. Die Würste hängen von den Wänden runter. Die ganzen Leichenteile da. Und alles. In diesem Paradies tanzt man dann rum. Oh, ich habe darauf Hunger. Ich habe darauf Hunger. Guck dir mal an, wo es herkommt. Guck mal an, was dahinter steckt. Und dann wirst du, das wird dich, also wer das wirklich macht, der wirklich hingeht und das guckt, am besten alleine, abends, das Ganze in Ruhe, guckt komplett. Der wird ein anderer Mensch werden. Das wird dich als Mensch umkrempeln. Du wirst ein anderer Mensch, du wirst ein bewussterer Mensch und vor allem, du wirst ein besserer Mensch. Ganz wichtig. Von daher, Leute, vielen Dank dafür. Unten verlinkt. Bitte, bitte jetzt angucken. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Kommt auf Discord. And I see you next time.